Was geht meine lieben Freunde? Wir sind wieder zurück, eine weitere Folge von A Way Out. In der letzten Folge hatten wir sehr vieles erlebt, jetzt stehen wir gerade dabei auf dem Dach mit Leo und Vincent. Wir müssen uns die Meißel besorgen und die steht da hinten, da bei den Fenstern. Ist das richtig, Leo? Ja, es schaut ganz so aus, als ob das das Dach war, diese Fensterbank. Ah ja, genau, das ist auf diesem Vor... Da waren diese kleine Terrasse. Ja, genau, da müssen wir hochkommen. Wie müssen wir jetzt da hinkommen? Guck mal, der hier sieht aus wie... Ein Schauspieler, ne? Ja, wie dieser eine mit dem Matsch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, mir fällt der Name gerade auch noch nicht ein. Wir haben folgende Möglichkeiten. Entweder, guck mal, das Einzige, was ich sehe, wie wir da hochkommen, ist, wir müssen... Das ist eine Leiter. Guck mal, da vorne, hinter diesen blauen Säcken ist ja auch bestimmt eine Leiter, das sehen wir ganz. Da siehst du ja halt die Leiter. Aber, da steht ja der Wärter davor. Das heißt, es wird schwierig, aber was wir machen können ist, ich glaube, wir müssen über den Wärter da, über diesen Übergang da, über diese kleinen, ich hab mal Brücke oder so. Ja, finden wir dann mal raus, aber... Okay, gut, dann würde ich sagen, wir reden erstmal, okay? Du kannst mal rechts mit dem Besentypen da, den ich rede, okay? Genau, mit dem Besentypen und du redest mit unserem... Obwohl gleichzeitig ist es auch immer dämlich, aber... So, er sagt, da sollte ich besser nicht drauf treten. Richtig cool. Ja, das war zu einfach gewesen, wenn ich da mitgekommen bin. Okay, jetzt rede ich mal. Entschuldigung. Das war mein erstes Tag, das zu tun. Wie lange habt ihr hier gearbeitet? Weit zu lange, Mann. Teeren wir das Ganze da? Ja, frag mal. Wie bleibt man hier? Okay, ja, das macht mehr Sinn. Sind wir das ganze Ruf verhören? Ja, ziemlich. Das wird immer noch dauern. Du hast das richtig, Newbie. So, ich höre, du bist der Typ, der weiß, wie man hier alles rauskommt. Also, das ist auf dem Weg, was du willst. Warum Plattenspiegler? Ich bin einfach mal ein Weg hier raus. Du bist ein lustiger Typ. Was ist dein Name? Ich bin Vincent. Genau, rede du mir jetzt gleich mit ihm. Ich sage es dir so. Du musst dich an diese Scheiße nehmen. Weil es ist kein Weg raus. At least nicht live. Was meinst du? Du weißt, wenn sie die Dialogen in den Fokus nehmen, das eine ist auf jeden Fall immer leiser, damit sie sich nicht in die Quere kommt. Nicht immer, aber... Gerade immer, was das auch immer. Ich meine, wenn beide gleich wichtig sind, habe ich gemerkt, okay, dann sind beide gleich laut, ungefähr, aber... Das ist schön chillig. Ich bin einfach nicht so gut. Ja, Holmes, ich weiß genau, was du meinst. Es ist besonders dieser hier. Du siehst wie ein dummer Mann. Sie sind alle dummer Mann. Was machen wir jetzt? Okay, ich glaube, ich unterhalte mich jetzt nochmal mit ihm hier. Und du könntest ja eigentlich schon mal nach dem Weg suchen, wie wir hier rauskommen könnten. Mit dem kann ich das unterhalten. Versuch mal die Treppen. Ganz klassisch. Ach, die Leiter. Guck da, ich glaube, du musst irgendwie da hochfahren, oder? Da sagt der Werther was. Was machst du denn? Ja. Just look. Dachte ich mir schon. Go back to work. Ja, hoffentlich zum letzten Mal. Ich habe die Frage verpasst. Ja, es ist mein erstes. Und von Gott, ich hoffe, es ist das letzte. Ich bin mir immer noch zunisieren. Wir müssen da oben hin und dann da rüber. Ah, du Scheiße. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ah, Gottverdammt, die gute Idee. Ich habe auch gesagt, also wenn es hier GTA wäre, wäre ich schon lange geklettert. Ja, wir müssen uns beide, glaube ich, gleich. Guck mal. Das ist eigentlich ein Trick für uns. Ja, das ist nicht so. Hier rüber. Bestimmt hier rüber. Da wo diese, ich weiß nicht was ist, ist das Öl oder so, da können wir nicht lang. Das heißt, das ist schon ein Tipp für uns, dass wir eigentlich nur in diesem Bereich können. So, es hätte gesagt, wir klettern auf dieses Dach und dann da rüber. Aber das geht nicht. Das Einzige, was wir machen könnten, ist vielleicht hier rüber, oder auf dieses Dach. Was ist das denn? Es ist heiß wie hell hier. Und die Tarn macht es hart, um zu spüren. Ja, aber es ist schön, draußen zu sein. Außerdem, die Tarn macht es mich auch nicht mehr hier. Wir müssen auf jeden Fall da oben hinnehmen. Du hast es. Trust me. Ja, aber... Ah, warte, was ist denn mit diesen Kissen? Habe ich auch gerade überlegt, dass man da hochklettern könnte, oder so, ne? Oh, da ist nichts. Warte, wir gucken erst mal. Okay, ich glaube, lass uns als erstes mal wischen. Also, einer muss irgendwie für Ablenkung sorgen. Ja, ich habe auch gerade schon probiert zu wischen. Okay, warte, dann versuche ich mal abzulenken. Ja, guck mal hier, ob du irgendwie was machen kannst. Kannst du den? Nein, ich kann den nicht ansprechen. Warte, ich guck mal da hinten. Ich guck mir das jetzt auch mal an. Das ist nämlich schon dasselbe. Ja, genau. Das ist selbe. Lass erst mal, lass erst mal wischen. Genau, ja, ja. Ich habe nämlich gerade schon gemacht, aber irgendwie... Ich glaube, dann unterhalten sich dann beide, wie es dann weitergehen könnte. Schnappt ihr einen? Ja, ich sehe sonst ja auch nichts hier. Ich habe mir einen geschnappt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur so ein Mini. Brechen! Ach, guck mal. Ich habe sogar brechen... Nee, mit brechen meinen die das Ding, was wir in der Hand haben. Diesen Besen. Ja, das meine ich ja. Und dann kann man damit irgendwas ablenken. Oder nein? Brechen. Ich dachte... Das kann man brechen. Kann man auch. Ja. Das war die selbe Scheiße. Guard! Mein Besen ist im Arsch. Na, sieh mal alleine an. Schnapp. Ich dachte echt, dass dieses Ding heißt, vielleicht brechen oder so. Nein! So ein Gegenstand mit dem Namen, den ich nicht kenne. So, ich kann jetzt reingehen, oder? Oh, ich weiß nicht, irgendwo. Halt mal, er hat mal L2 gedrückt. Stimmt eigentlich. Vielleicht siehst du da ja was besser. Nö. Ich glaube, ich muss rein... Ich habe jetzt gerade nichts... Ja, 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 okay. Dann kannst du jetzt reingehen und draufklettern. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich weiß nicht, ob das ganz gleichzeitig geht, aber... Doch, der geht bestimmt da rein. Sure, go ahead. Hey, meine Brühe ist broken. Jetzt bleib hier. Okay, das ist es. Der Moment, der war hier. Auf geht's. Räuberleiter. Ach, guck mal. Das war ein Dingenscut. So, so ein gließender Übergang. Aber doch nicht ganz, ne. So, auf geht's. I have to be here when the guards come back. Stimmt, richtig. Wow, sehr schlau gemacht, alter. What are you doing? Nothing, what's the problem? I got you, new Brühe. Komm her. Komm her. Now get back to work. Yeah, yeah. Guys, time to head back. Weis, was passiert dann, wenn du erwischt wirst. Weis, was? Geht's dann weiter? Nein, nein, warte, warte. Wir probieren's aus. Kann ich den nicht nochmal brechen? Der, den kannst den anderen brechen. Warte. Das wär doch, das wär blödsinnig, aber... Ich kann den nicht mehr brechen. Dann ist es jetzt dem Moment, ja. Ja, 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 ja. Ja, guck mal, jetzt geht... Ah, shit. Der Geist guckt hier raus. Okay, ich muss da rüber, und du musst die Sache verletzen. Gott, verdammt. Warte, bleib da. Ja, warte, da steht jetzt irgendwo. Du sagst mir hier, Mann. Diese Uniform macht mich schweißen wie ein Päck. Ach, da kann ich holen. Was? Du weißt, ein schönes, kaltes Bier. Und dann hier rein? Alter. Ich glaube, dass er das nicht gehört hat. Du willst uns ein Restaurant? Du willst aber auch hier, Piram, ey. Was Haram? Warte, lass mir einen Weg wieder raus finden. Ja, dann hau ich das Ding jetzt mal raus. Leo, kannst du mir auslösen? Gib mir einen Moment. Ich werde das Schlauch öffnen. Ich werde es jetzt an Fred geben. Dann nimmt er das mit. Und wir müssen jetzt, glaube ich, weiter machen. Was hast du gerade noch zu ihm gesagt? Zu dem Typen? Nichts. Ich hab ihm das einfach direkt gegeben. Einfach direkt gegeben. Nichts anderes gemacht. Jetzt bringt er uns das vermutlich. Ja. Ach, da ist er da dran. Ich bin auch eingeschnitten. Ja. Da ist er da dran. Ich hab ihm eingeschnitten. Ja. Leitere. Man kann auch gar nicht... Was? Ah, jetzt geht's direkt in die Action. Aus Zelle entkommen. Ja. Augen offen halten. Okay, dann steh du mal Schmiere. Du musst jetzt Schmiere stehen. Ja, genau. Jedes Mal, wenn jemand vorbeikommt. Okay. Entschuldigung. Was? Ist morgen ein Besitzungstag? Nein. Du bist sicher? Ja, geh zu schlafen. Was machst du, du Scheiße? Stopp das jetzt! Jetzt! Ah, fuck. Das wäre echt deine Richtung. Egal, du wirst mich verkacken können oder nicht. Ja, okay. Ah, ziemlich cool, dass es dann direkt weitergeht. Ohne Lagerumzack. Okay, dann halt ihn jetzt auf und sag sofort, sobald jemand kommt oder sobald er weggeht von dir. Ja, ja, ja. Also, von der Seite kommt auf jeden Fall. Weil ich habe mehrmals abgekriegt. Das kommt auf meiner rechten Seite, ne? Okay, gut. Da fängt er irgendwie zu mir rüber. Ich muss jetzt ablenken. Ah, ich wüsste, dass die Zeit ein bisschen... Nee, ich mach das. Ich halte die Zeit sogar ein bisschen mehr auf. Ja, genau, mach mal ein bisschen mehr. Ich kann nicht schlafen. Hast du ein Buch, das ich lesen kann? Er kommt. Was klingt, wie ein Librarian? Geh zu schlafen. Ah, genau, versuch vielleicht mal abzurechnen. Nur für den Fall, falls du es kannst. Ich muss hier... Entschuldigung. Jetzt machen wir das mal mit den Decken. Ich versuche jetzt beide Kreise abzurechnen. Ich glaube, der innere Kreis... Bricht ab, der innere Kreis... Schafft's. Was machst du so leid? Ich habe meine Kugeln abzurechnen, Mann. Ich mache nichts. Ich habe wiedersehen. Jetzt kommt der Nächste. Der haut ab. Wo kommt der? Der kommt, ich schieb von links zu deiner Linken. Ich bin mir sicher, jetzt kommt der die Wechsel. Ich guck nochmal, ob der abhaut. Der haut ab, jetzt müsste der eigentlich kommen. Da kommt der. Hat er seine Taschenlampe jetzt? Der hat seine Taschenlampe, der kommt noch nicht, aber... Oh nein, das dauert ja. Tippe, tippen, 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 tippen. Nein, mach ich doch. Okay. Guck mal, ob der andere kommt. Ja, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Kannst du ihn gleich was fragen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das könnte riskant werden. Ich spreche mal ab. Ich glaube, du kannst ihn nicht mehr ansprechen. Doch. Bestimmt, wenn er doch noch, ich kann, ich kann. Nee, oder? Ach, er legt auf. Was? Nee, das würden wir jetzt zu riskant nochmal was anzufangen. Okay, es geht nur ein Besuchstag. Ich kann nicht kommen. Könnte ich ein paar extra Schäden haben? Nein, das wird nicht passieren. Kann ich mich nicht hinlegen, hinsetzen, irgendwas? Er wird sich eh fragen. Geh zum Bett, Inmate. Ich bin nicht leid. Lass mich weg. Ah, ich muss das selber auch machen, oder? Nein, ich hab doch nie. Ich hab ja keine Meise, ich wollte schon sagen. Nee, ich hab ja gesehen, dass du ja auch Augen offen halten kannst. Ja, ja, genau. Okay, dann wechsel dich die ganze Zeit ab. Gib ihm was da Zeichen. Aber die Frage ist halt, wenn ich raus bin, was passiert dann? Ach ja, wir sehen uns dann. Dann gibst du mir die Meise und dann bin ich dran. Wie gebe ich dir die denn? Ja, dann machst du da auf, du stellst die Toilette wieder da hin und dann gibst du mir die Meise. Okay, ich bin fertig. Hey, ich bin dran. Und dann bin ich dran. Ja, naja, gut. Also es geht jetzt erstmal nur darum, das aufzumachen und gar nicht rauszumachen, glaube ich. Erstmal bist du denn zu. Aber, aber, nehm, nehm. Was? Er kommt, er kommt, er kommt, ich glaub, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, 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 genau. Ich muss da erstmal raus, ich hab dich geschafft. Ja, du musst da... Ja, du musst da... Ja, du hast einen Sekunden. Ja, ja, genau. Ich bin mit Team Lesiter. Geh zum Bett, Inmate. Hey, der, der, der... Wie nennt man den? Der kommt, der Wächter von der linken Seite aus. Da, wo ihn, wo du jetzt ablenken kannst. Ja, kann sein. Jetzt macht das Sinn. Stimmt eigentlich. So, jetzt komm. Ja, zack. Cool, sehr cooles Gameplay muss ich sagen. Auf jeden Fall richtig. Also wie das mit dem Halten und so funktioniert. Ja, jetzt halte ich mal hier. Genau. Ausschau. Du hast nur Zeit für den einen. Ah ja, jetzt kommt der. Du hast nur Zeit für den einen. Also Zeit, äh, du könntest ihn nur einmal ablenken. Also Zeit für den einen Kreis sozusagen. X? Was ist mit dem linken? Oder kommt der gleiche wieder? Der gleiche kommt wieder, hör auf. Ich sehe, ich kann ihn nicht ablenken. Hör auf, hör auf, hör auf, abbrechen. Ich kann ihn gar nicht. Also ich kann ihn auf meiner Seite ablenken, aber das... Ja. Weil ablenken, also selbst wenn nichts kann. Ich muss jetzt schon mal schwachen. Warte, guck mal, kann ich ihn? Nee, ich kann ihn gar nicht ablenken. Ich kann ihn gar nicht ablenken, am ich? Nö. Just leave me be, man. Ja gut, dann mach mal. Warte, 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 warte. Stopp, 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 stopp. Du kannst ihn näher ablenken. Du kannst ihn näher ablenken. Der ist neig. Was wollt ihr? Glück gehabt, das war, das war klapp. Mach direkt Augen offen, halt, direkt jetzt schon mal. Ja, ich hab, hä? Ja, super, jetzt kann ich auch viel machen. Pass auf, pass auf, warte. Wir warten, bis der weg ist und dann, der ist ja eh erstmal. Ja, dann kommt der andere schon, das ist so unglück, dass jetzt beide kommen. Get up my way, boy. Ich find das Spiel so cool gemacht, also. Okay, der bleibt wieder stehen. Bis der abhaut, dreht er sich schon um. Nee, 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 der steht auf jeden Fall länger. Der stand ja auch vorhin die ganze Zeit schon. Okay, jetzt kannst du wieder. Guck zu dem anderen, der hat ein Artikel-Offennis rein, Mensch. Los. Na, komm schon! Na, guck auf den anderen, guck auf den anderen. Ja, der ist erstmal weg. Der dreht sich, der dreht sich. Ja, okay. Du hast noch ein bisschen Zeit. Jetzt muss er wieder gleich... Oh, es kommt jetzt hin. Tippen, tippen, tippen. Ma, dude! Okay, er kommt. Ich würde abbrechen. Okay, abbrechen. Und dann kommt gleich der, glaub ich, auch noch. Hallo da. Mistel? 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 Mistel, was are you looking? Ich würde abbrechen. Danke, Leute, der andere. Okay. Ja, das packen wir jetzt. Jetzt bist du, glaub ich, fertig. Was hab ich eigentlich mal mit dem Zettel? Okay, jetzt muss es eigentlich klappen. Der andere kommt grad nicht, also alles. Ich glaube, der eine kommt dreimal und der andere kommt nur einmal, so in diesem... Wenn der überhaupt kommt, ich weiß. Ey, bis er kommt, muss ich das eigentlich schaffen. Ja, schaffst du, schaffst du. Ganz ehrlich, wie einfach man mit einer Meiser-Menschheit rauskommen kann, Alter. Ich frage mich aber, warum dahinter jetzt so ein Gitter ist. Komm schon! Okay. Was ist denn das für eine Toilette ohne Rohdruck? Das da, wollte ich doch gerade sagen. Wollte ich doch gerade sagen, warum ist dahinter so ein Dings? Ja, ich bin fertig. Okay, wir warten, bis die Lichter schlafen. Los geht's. Lichter aus! Okay. Bin gespannt, was jetzt passiert. Aber warum haben die nicht so oft gewartet? Bis die Lichter ausgehen, um es mit der Meiser zu machen, wird auch quasi schlau. Die dann laufen, die immer noch patrouillieren und... Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, wir können. Vielleicht, weil es dann noch lauter ist. Ich weiß nicht. Okay, ja, wir bleiben da. Das ist so wie in Prison Break. Echt, genau, das haben die auch gemacht. Auch aus der Toilette? Hinter dem Klo, ich glaube mit einem Löffel? Nein, mit einer Schraube. Keine Ahnung, ja, womit die da gebohrt haben. Kannst du hier die Toilette wieder zurückziehen oder was? Das ist gar nicht. Aber was macht das denn für einen Sinn, wenn die sehen, dass wir nicht in der Zelle sind? Dann... Ja. Aber gut, dann wissen die nicht sofort, wo wir sind. Die Toilette wieder. Ob! Wir müssen in den Treppen auf. Ja. Die Leiter. Treppen. Gucken wir mal, wie geht man das? Das sollte eigentlich keiner sein. Die Fragen, es gibt es hier auch eine Videoüberwachungskamera oder so. Ich denke mal nicht, dass es hier hinten Melde gibt. Dann weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wohin da ist. Kann so schneller laufen laufen. Oder was denn hier? Ich weiß aber gar nicht wohin. Ja, das sieht schon sehr offensichtlich aus, wohin müssen. Ja, meinst du, ich habe nicht das Gefühl. Hier hinten? Oder? Ich hätte jetzt gesagt hier. Ich habe keine Ahnung. Hier hinten? Nö, auch nicht. Obwohl, was ist das denn? Ich kann hier gar nicht runter. Okay, dann kann ich nicht fallen. Hier, das Tor. Muss auch... Da drüber oder so? Ach hier, wir können doch... Ja. Was ist hier drüber? Da. Da ist es. Vince. Komm over here and help me. Und dann machen wir damit die Tür auf. Ich sag schon. Mit so einem Brechstuch, ne? Wir sollten den Fan mit dem zu stoppen. Ah ja, okay. Ventilator, ja. Vielleicht nehmt ihr den Rechstuch. Vielleicht nehmt ihr den Rechstuch, ne? Ich finde es cool, dass wir jetzt auch mal wieder in der selben Situation sind. Ja. Hey! Ich kann es immer noch nicht halten. Hilf mich. Du musst zippen. Du musst zippen. Du musst zippen. Don't let it go. Oh, 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 oh. Will ich ihn gehen lassen? Wie kriegst du jetzt aber den? Ja, dann musst du von dort anhalten. Ja, wie gibst du mir jetzt aber den? Hol dir irgendwas anderes? Komm mal, hilf mich. Hey Mann, find a way to stop the fan. Ich kann nicht durchlaufen. Ne, das ist was, das ist was Falsches. Du musst was anderes finden. Ja? Womit du den Ventilator anhalten. Irgendwie so ne Stange oder irgendwas. Ach so, same shit. Mhm. Da. Ach ne, der ist drüber. Ja, okay, gehen wir drüber. Drüber jumpen. Da haben wir schon. Ja, dann hältst du den Strom an. Glaub ich. Ja, gut. All right, es ist shut down. Du kannst jetzt durchlaufen. Ich finde nur, Sprinten hätte man ein bisschen einfacher machen können. Sprinten? Ja, aber wieso? Dass man nicht unbedingt reindrücken muss, sondern irgendwie anders. Aber eigentlich normal in jedem, in den meisten Ego schon. Wow. Okay. Okay. Ganz entspannt. Ich dachte schon, das ist der Ausweg. Boah, das ist zu hell, nix. Ich mach's einfach mal. All the way down. Ja. Das ist kaputt. Na. Das ist nicht so schön. Die Sonne ist das, ne? Ja. Ich guck mal schon, ob ich das irgendwie ändern kann. Warte, warte. Wir gucken erst mal hier. Kann man pausieren? Ja, gut. Gut. Check this out. What are you thinking? I'm thinking of sheets. Laken. All right. Let me hear it. Okay. We need to find a way into this wall. Once we do that. We can get the sheets in here. It sounds easy enough. Problem is, they don't allow us to make it in there. You think we can sneak in somehow? Yeah. We need to get a hold of a laundry card. Yeah. Once we have the card, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it, and then bring it to the back. What do you mean they will inspect it? Don't worry about it. They don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Okay. Krass, ne? Die sind also wieder zurück. Aber ohne, dass wir das jetzt gesehen haben. Ja, wir haben jetzt einen Job hier in diesem... In der Wäsche. In der Wäsche. In der Wäsche. Ich bin mir ziemlich sicher. Hier wird es bestimmt irgendwas wieder mit ablenken geben. Ich bin mir ziemlich sicher. So. Okay, was machen wir denn? Zugung zur Hinterzimmerschaft verschaffen. Genau das ist wie bei dir. Du gehst wieder ganz klassisch durch, aber der Wächter... Woah, 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 woah! Was machst du, In-Mate? Geh weg von da! Geh weiter! Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, das wäre aber auch genau witzig gewesen. Hey! Hey, Mann. Ich konzentrate hier. Was willst du? Okay, ich werde dich dann nicht beurteilen. Das Schiff ist auf dem Geist, oder? Was willst du? Wo kommen die Laken? So, uh, when you're done here, where do all these sheets go? Hell, fine, no. Go bother that guy instead. Das mach ich mit den Laken. Ich weiß es nicht. Du hast sie abgeholt. Ah, du kannst sie jetzt... Die müssen noch in dieser Karre gesammeln. Was, du, ein Idiot. Das tut mir leid. Komm schon. Ich bin ziemlich sicher, dass es in diesem Dumpen sind. Oh, ja? Ich glaube nicht so, Mann. Du seemst zu beenden, man könnte schlimmer sein. Soll ich fragen, was er lieber machen könnte, oder lieber kann schlimmer sein? You know, I saw a guy cleaning the shower gutters. That has to be worse. Oh, yeah? Well, at least you're not surrounded by assholes. Is there something going on here? Don't make me get into it, man. Just, just walk away. Then, I'll go to another strip club. And, to top it all off, I'll go to the best strip club in town. Fine, sorry. Sorry, sorry. All right. Good luck. Thanks. Wagen geben. Der wurde doch reingefahren, oder nicht? Ja, aber nein. Ich wollte da gerade jemanden in den Wagen klauen, da wurde dir deinen eigenen Wagen. Okay, dann. Ich rede mal hier mit den Inmates hier. Was ist das denn? Hier sind die ganzen Wagen. Jetzt habe ich auch einen Laken. Ja, den kannst du auch wieder immer auflegen. Einfach auf den Boden. Ist auch richtig so. Da gehören sie auch hin. Den kann ich auch einfach nehmen, bestimmt. Ich weiß, was sie machen sollten. Wir brauchen eine Karre. Und dann müssten wir... Da ist auch ein... Gießen die Karre. Ja, genau. Ich wollte es sagen. Und dann müssen wir die ganzen Laken da rein tun. Dann untersucht er die. Ich brauche eine Lagerkarte. Oh, kann ich dein Name haben, bitte? Was brauchst du das für? Das sind Regeln und Regeln. Nichts, was ich kann tun. Es ist nur ein Karte, Mann. Ich brauche deinen Namen und Nummer. Du bist sicher, ich bin nicht auf der Liste? Was ist dein Name wieder? Leo. Schau dir. Es ist nicht hier. Bamm. War ja klar. Geh raus hier, Idiot. Jetzt holen wir das Auto. Aber nicht, dass ihr nachher dann aufwacht und schwierig. Keine Ahnung. Ich kann das nicht einschätzen. Willst du rein oder willst du fahren? Ich geh rein. Okay, wir haben dich mit Schäden, Mann. Es ist nicht wie Schäden hier. Schau dir die Lachen. Geil. Aber es riecht wirklich schlecht, Mann. Wirklich schlecht. Es riecht einfach und schau dir. Ja, ja, ja. Es ist immer noch der Riecht, Mann. Schau dir. Wie wirst du da jetzt nicht gesehen, Alter? Da müssen die Laken rein. Guck mal nach, ob wir die Laken holen. Geht das? Ja, das stimmt. Ich bin ziemlich sicher. Weil wenn du mich da so durchfährst, dann haben wir ein Problem. Hey, ist nicht gerade schwierig, die Steuerung. Da laken, nimm mal. Ist nicht gerade einfach, die Steuerung, mein Freund. Ja, da rein tun, oder geht doch. Ja, ja. Und das verdeckt dich dann. Wie du so rausguckst. Wir brauchen noch mehr. Wie du so rausguckst. Was, Zeit mal? Wie du so rausguckst. Richtig verknappft. Richtig verknappft. Aber ich find das cool, dass man selbst denken muss, und die, äh, wir sind all set. Ich steck dir noch eins vorsichtiger. Die sagen nicht sofort, was du zu tun hast. Weißt du, ich meine? Ja, da stand jetzt nirgendswo. Genau, da stand jetzt nirgendswo eigentlich, oder? Ich hab's übersehen. Ähm, da stand nirgendswo, tu da jetzt Laken rein, oder? Ja, da stand halt nur, dass, das, das, diese kleine Zwischensequenz, wo halt drin stand, da kommen dann die ganzen Laken rein mit der Karte. Das muss man erschließen. Aber das meine ich ja, das fand ich ganz cool. Genau, das war's, du musst dich verstecken mit uns. Ich bin doch. Nein. Achso, okay, du bist schon. Sir? Ich will das mal nach oben sehen. Okay, see what we have here. Alright, looks good. Gut, wir sind durch. Get out of the way. Ach, er fährt das weiter. Scheiße. Okay. Jetzt muss ich ihn abdenken. Ja, ich muss ihn abdenken. Und dann komm ich da rein. Kann ich mich jetzt wieder... Ich bin ich jetzt. Ich weiß nicht. Ich stehe einfach nur so. Du kannst es jetzt gehen. Nein, 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 ich bin... Guck mal, er fährt mich grad. Diese Maschine da ist. Aber es ist ein Problem mit der Waschmaschine da oben. Oh ja? Was ist das Problem? Es ist, äh, broken. Ich weiß nicht. Hm. Es sieht nicht broken. Stop lying. Get back to work. Wo fährt er mich hin? Er will, dass ich die... Ich weiß nicht. Du bist im Hinterzimmer. Okay, ich kann raus. Ich guck jetzt, wo du bist. Guck, du bist dahin. Du bist dahin jetzt. Ich würd mich an der Stelle noch verstecken. Der, ich kann mich nicht mehr verstecken. Du musst die Laken jetzt an dieses kleine Fenster da anbinden. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt musst du das tun. Ich muss erstmal die Maschine kapacken, glaube ich. Alter, der steht doch da oben. Hier kann ich nur nicht schmacken. Obwohl doch... Laken stehlen. Mehr kann ich nicht machen, oder? Was, wenn du die abliegst? Da ist irgendwas, was ich machen kann. Okay, ja, dann. Hier sind doch so viele Laken. Was machst du? Geh die Hölle zurück zu arbeiten. Aber es ist ein Problem mit der Waschmaschine da oben. Oh, ja? Was ist das Problem? Es ist, äh, broken. Ich weiß nicht. Hm. Ah, nein, er wird jetzt wieder dasselbe sein. Ich muss durch diese Tür. Stopp lying. Geh zurück zu arbeiten. Nein, du musst ja nicht durch. Ich stehe da doch, deswegen. Du brauchst erstmal meine Hilfe. Ich muss aber erstmal da rein. Und das Problem ist... Ach, guck mal, er geht weg. Ja, da ist ja der Werther. Da kann ich doch die Tür... Oh, nein, nein, stimmt. Das macht keinen Sinn, wenn du dann... Ja, ich hab vergessen, die Maschine einzuschalten. Mach sie kaputt. Ja, ich bin ja gerade dabei. Ich hab da Müll einmal reingerorfen. Nee, nee, ach so. Jetzt, 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 kaputt. Broken again? What are you maggots doing in these Maschinen? Gott damn it. Pass auf, der Wächter ist jetzt nicht da. Jetzt kannst du eigentlich... Oh, nein, der kommt, der kommt, der kommt. Geh nicht durch die Tür. Oder kann ich ihn ablegen? Nein, Mann, du darfst er nicht sein. Nee, ich meine, mit ablenken... Sollen wir es versuchen? Nein, 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 nein. Schlagt. Okay, dann bin ich der, der sie von innen aufmachen muss. Weißt du das, meiner? Ja, 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 okay, jetzt musst du rüber. Genau. Hallo? Lieber Reed. Hallo? Da kommt's. Der kommt gleich. Komm, schnell, 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 schnell. Ja, ich kann nichts machen. Komm, schnell durch. So. Jetzt können wir hier die Latten. Kann ich vielleicht wo, dass die Spur ist? Komm, doch, doch, kannst du. So, hier komme ich jetzt hoch mit dir. Wir wollten eine Boxkapelle laten. Okay. Da ist ein Vent. Jetzt müssen wir die Schäden in den. Jetzt müssen wir die Schäden in den. Jetzt kann ich sie dir geben und du stoppst sie da rein. Komm, geh mir die Schäden. Ja, 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 ich komme. Ja, ja, ich komme. Ja, sehr gut. Das ist richtig Teamwork, ey. Ich finde das so cool, Alter. Come on, my dude. Ja, ich halte dich. Ach, ist okay. Er hat es irgendwie nicht angenommen. Er hat es irgendwie nicht angenommen. Ah, okay. Super. Jetzt kommen die Werther. Ich sag's dir. Okay, jetzt sind wir wieder am selben Punkt, wo wir schon mal waren. Okay, ich glaube, das soll es tun. Ja, wir hoffen, so. Nicht ein Fan von Heiden? Nicht wirklich. Ich hoffe, diese Schäden werden zusammenhalten. Wow, was meinst du? Well, es sind Schäden. Nicht eine Rope. Du wirst niemals wissen. Oh, Scheiße. Das geht doch voll klar, oder? Hier kann man was machen. Ja, ist ein Schacht. Oh, da kommt ja jemand. Ja, aber ich glaube nicht hin. Ich gucke, glaube ich, nur, ob jemand kommt oder nicht. Ah, warte, ich muss hier helfen. Ich brauche deine Hilfe, ja. Ja, ich komme. Also, selbst uns als Spieler lassen, die so ein bisschen im Dunkeln tappen, weil wir wissen gar nicht so, was der Plan ist. Man muss herausfinden und das ist ja, glaube ich, genau das, das ist das Coole daran. Man muss selber raustasten, man muss selber Wege finden. Man ist wirklich mittendrin. Man ist wirklich mittendrin. Man ist wirklich mittendrin. Es ist pitch black. Wir brauchen ein Licht. Ja, f***. Ich geh erst. Du bist okay? Du bist okay? Ja. Ja. Ich brauche ein Licht. Ich brauche ein Licht. Ich brauche ein Licht. Ich sehe doch genug. Ja. Du bist nass geworden. Ja. Ich sehe doch alles. Ja, das ist doch die Regel so. Okay, so fühlt sich doch nicht. Soll ich mir gucken, ob ich runterfallen kann? Mach mal. Nee, geht nicht. Ja, da hatte ich gerade schon sowas. Kann man nicht. Ja, guck mal, ich habe da nichts. Ich kann aber runterfallen. Das ist schade. Wie in der Hölle hast du da endet? Hä? Ich habe nur ein bisschen zu der links. Was? Es war alles dark. Das ist weshalb wir ein Licht brauchen, Leo. Ein smarter Mann, hm? Ein smarter Mann. Ich bin überrascht, dass du denkst, dass eine dunkle Umgebung ein smarter ist. Hey, Leo. Eine Kugel. Geh sie es aus. So. Hey, das Wasser ist weg. Wir sehen, ob du einen Öffner gefunden hast. Ja, irgendwo geht das Wasser jetzt raus. Da, da, da. Da, liegt. Da, liegt. Das Wasser riecht wie Scheiße. Und jetzt ist mein Tag, oder? Ja, es ist Scheiße. Jetzt bist du hier drüben, oder? Jetzt bist du hier drüben. Jetzt bist du hier drüben. Jetzt bist du hier drüben. Fuck you man So Another valve over here, Leo Drehen, 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 drehen Okay Looks like that one stopped the water flow Ja, jetzt kommst du da rüber, oder? Kann ich jetzt nicht mal beleuchten Jetzt kann ich dich nicht mal beleuchten Ach guck mal Wow, jetzt kann ich dich nicht mal beleuchten Jetzt kannst du mir aufmachen Gib mir die Taschenlampe Ey, hau jetzt nicht ab oder so, ne Er ist ein Arschloch eigentlich Eben, es wäre perfekt Du kommst da durch Krass, was man Wo ich bin eigentlich Eben, ne, wollte es gerade machen Oh, das war nicht schlau Hier geht jetzt bestimmt wieder was an, oder? Kaputz Ich find zwar krass Wie viele Sachen man eigentlich machen muss Für so einen Gefängnisausbruch Ich muss sich das vor allem überlegen Das ist echt richtig, richtig nice gemacht Muss ich zugeben Ja, ich meinte auch so diese ganze Stimmung Und diese Atmosphäre Das ist einfach voll cool Das ist richtig cool, ey Das erinnert mich echt an die Serie, aber Also selbst da waren die auch in so Kanalisationen und so'n Scheiß Hier ist die Tür Da, okay, hier ist die Tür Also vorhin haben wir die mit dem Besen ganz einfach aufpasst Das sollte funktionieren Bam Öffne es für mich, Leute Easy peasy Vielen Dank Durch diese Tür Wo sieht's da aus? Es ist lockt Vincent, hilf mir Ich frag mich, wo wir rauskommen, Alter Wattlers gleichzeitig Okay Eins, zwei, drei Naja Siehste Das ist echt, das ist so'n gutes Gameplay Dass man sich so'n paar Sachen selbst erstließen muss einfach Let's just hope, there are no rats down here Okay, dann Ähm Yeah, like I said Let's hope, there aren't Da sind zwei Wege, oder? Ne, einer Alter, wie soll ich das... Ach so, sowas Ja, L2 Da ist doch noch einer Ne Da ist doch Okay, das ist nur ne Säule Alles gut, glaub weiter Das sind zwei Wege, nein, nein, hier ist doch auch einer Hm Ach ja, siehste, das ist das, was ich in dem Spiel so mag, ey Ich würde aber sagen, aber ich glaube, das führt trotzdem zum... zum selben... Ah, Dings, oder? Ich glaube, ich sag nicht Oh, ach doch, guck mal Doch, 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 das führt zum selben hinaus Ja, guck mal Aber nee, warte Jetzt Du kannst einmal nach links und einmal nach rechts Aber links sieht zu aus, also musst du nach rechts kommen Dann ist es doch linear Ja, also musst jetzt rüber zu mir Okay Ne, ist aber genauso abgeschlossen Oder? Boah, ich seh, ich seh nicht Okay, gut Warte mal, ich lass mich mal dazu Ich hab hier irgendwie die Überblick ein bisschen verloren Hier kommen wir bestimmt Kommen wir hier, zu mir Hier kommen wir bestimmt irgendwie raus Weil die sind so... Sieht hier nicht so versteckt aus, oder verdeckt aus Sieht auch scheiße aus, guck mal, wie sitzt du da? Dann lass wieder zurück Ja, aber warte Irgendwie Hier waren wir doch noch nie, warte Hier waren wir doch noch nie Was? Ach doch Hä? 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 Hier waren wir doch noch nie, oder? Waren wir hier schon? Nein, hier waren wir noch nie Da ist jemand Da ist jemand Wie deine Katzen Sieht alles so aus nach einem Ausweg Also so... Als ob wir jetzt schon draußen sind Ja eben, nur einen einzigen gibt es Und ich finde die haben voll die gelben Güte Wir müssen bestimmt jetzt hochklettern, aber wie Ja, ich auch Einführer Weißt du was meine? Ja Aber die Frage ist Wir müssen sie genau in der Mitte treffen, glaube ich Es wird viel schneller sein, wenn wir die gleiche Zeit In der Mitte Drück in der Mitte Das ist schwierig Okay, wir machen das gleichzeitig Warte, wir machen das gleichzeitig Nein, wir machen das gleichzeitig Okay, 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 okay Warte, lass mich jetzt mal retten Ja, so jetzt sind wir gleich Okay, eins Jetzt Jetzt Okay Sobald eine verkackt wird es schwierig Der... Der... Ganz... Oh, oh Verkackt Verkackt Warte, 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 lass mich kurz retten Ja, du musst einmal mehr machen Ah, 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 what were you doing? Okay, warte, warte jetzt Warte, jetzt Ganz oben wird es schwierig Wie wollen wir da da runter... Also da rauskommen Das wird klappen Das war knapp Das war echt knapp Das war zum bewölkten Zeitpunkt Mhm Ich finde, wir machen das gerade ganz souverän Ah, nein Scheiße, man Sobald man sich selbst lobt, hat man ein Problem So, pass auf jetzt Warte Warte, ja, mach einen Warte, warte Okay Dann warte Warte Jetzt Ey, Junge Ich krieg's nicht gewagt Haha Warte 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 einmal Warte Jetzt Gra Fuj Gerade, wo ich sage, wir machen das ganz souverän, Alter world Und jetzt Paul Winde Feld Die fris Von dene Nur in einem Ort, wo du das kannst, den Werkstatt. Verdammt. Ich glaube, es ist die gleiche Richtung, richtig? Ja. Keine Kindheit-Trick auf deinem Schlaf? Ich bin sicher nicht. Verdammt. Ich würde sagen, wenn jetzt keine Katzi mehr kommt, könnten wir das hier beenden. Wir lassen die noch. Genau, wir lassen das jetzt mal noch. Weil die Folge wird sonst echt viel, viel, viel zu lange. Wir wollen das ja euch natürlich ja nicht antouren. Wir gehen erstmal in die Werkstatt. Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwie so einen Schraubenfluss oder sowas klauen. Und dann wieder dahin. Ich finde es aber gut, dass wir nicht das Ganze nochmal wiederholen müssen, sondern dass wir direkt da rüberspringen. Das ist auf jeden Fall sehr schlau gemacht. Auf jeden Fall bis jetzt Feedback von mir. Sehr, sehr, sehr nice Gameplay. Richtig, richtig gut gemacht. Ja, vor allem diese fließenden Übergänge. Keine allzu langen Ladezeiten oder irgendwas, ne? Aber es scheint so, als hätte sonst wieder dieser Arbeiter, also dieser Typ, der die Arbeiter einteilt, wieder irgendwo reingekriegt. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder alles ablenken. Dasselbe Prinzip wie vorhin. Also würde ich sagen, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, wenden wir diese Folge hier. Ja. Okay. Meine Freunde, wir danken euch für mich, für mich zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, wir kissen auf den Augen. Ciao. 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 Ciao.